So, Versuch Nummer 3. Wir machen Weißrauch und zwar professionell mit derselben Chemikalie, die auch verwendet wird, im Konklabel. Was ist das für ein Zeug, Martin? Das wird jetzt Rauchpilber. Weiß, gepresst in einer Plastikkartusche. Können wir jetzt hier reinstellen? Ja. Dann brennt's noch. Und siehe da, wenn wir die Tür schließen, üppiger weißer Rauch, gut zu erkennen, auch gegen den hellen Himmel. Übrigens, es geht das Gerücht um, dass die im Vatikan Pyrotechnik aus Deutschland verwenden. Es ist nicht bestätigt, aber angeblich zünden die mit deutschem Material.